Es ist unmöglich, von einem Tinnitus geweckt zu werden. Er kann nicht klingeln oder rauschen, weil er gar nicht da ist. So eine Äußerung kann definitiv nur von jemandem kommen, der keine Ahnung hat, wovon er spricht. Ganz ehrliche Meinung, sofort den Arzt wechseln. Warum ich dieser Meinung bin, darum geht es in meinem neuen Video.